Freunde des besten Real Rap Geschmacks, ich begrüße euch zum ersten Real Rap auf diesem Kanal. Und ihr seht, ich bin irgendwo draußen am See in Zürich. Das ist Sonntagabend, das ist halb zehn. Und ich habe mich entschieden, Freunde, heute den ersten Real Rap aufzunehmen für diesen Kanal. Und ihr wisst, A New Great Lifestyle, der ist dazu gemacht für Vlogs, für die ganzen Behind-the-Scenes und auch für Real Raps. Und Freunde, ich sage euch ehrlich, scheiß auf all die anderen Videos. Die einzigen Videos, die wichtig sind auf diesem Kanal, die auch wirklich bleiben mit dem Fundament, sind die Real Raps. Wo ich, Claudio und die Jungs über unser Leben reden, über das, was wir gelernt haben, was wir euch mitgeben können. Und deswegen habe ich mir auch Zeit gelassen, ein passendes Thema zu finden, das ich als erstes besprechen möchte. Weil ihr wisst, Freunde, wir haben schon sehr vieles durch auf dem anderen Kanal. Aber auf diesem Kanal gehen wirklich die wichtigsten Sachen durch. Einige von euch schreiben mir gerne auf Instagram über Privates, über ob ich ihnen helfen kann. Und ein Thema, das sehr oft aufkam, waren Themen wie Liebeskummer, waren Themen wie Betrügen, wie gebrochene Herzen. Und deswegen, Freunde, dachte ich, wird das das erste Thema sein auf diesem Kanal. Weil ihr wisst, ich bin bald, ich bin leider auch schon ein alter Fuchs und habe schon vieles durchgemacht. Und deswegen kann ich auch zu diesem Thema euch vielleicht ein paar spannende Dinge erzählen. Weil mir ist vor allem ein Beispiel im Kopf geblieben. Es ging um einen Zuschauer von uns, also einen Mann of Culture, wie du, der gerade zuschaut. Und der hat erzählt, wie er betrogen wurde von seiner Freundin nach irgendwie drei, vier Jahren einer Beziehung. Das ist schon schlimm genug, dass er betrogen wurde. Aber er wurde noch betrogen von einem seiner besten Freunde. Also einer seiner besten Freunde hatte was, ich weiß nicht, wie tief, also wie tief, geiler Typ. Ich weiß nicht, wie tief, aber er hatte was mit seiner Freundin, halt damaligen Freundin. Das hat mich halt sehr zum Nachdenken gebracht, weil, wisst ihr, dieses Thema Liebe und Vertrauen ist so ein Riesenthema in unserer Gesellschaft heute, weil es richtig schwer ist, Leuten zu vertrauen, Leute zu lieben. Und ich bin auch jemand, der große Probleme damit hat. Also by the way, ich höre auch Musik und ich höre auch so alte Musik, das mich so an früher erinnert. Weil eben, ich gehe auch zurück in die Zeit hier mit dem Ganzen. Ich gehöre noch zu den Leuten. Ich würde halt, ihr müsst euch vorstellen, ich wurde halt russisch erzogen. Also meine beiden Eltern kommen aus Russland. Und deswegen wurde ich halt sehr streng auch erzogen. Also jetzt im Nachhinein war das super. Aber mir wurden immer so Sachen gesagt, so, du sollst ehrlich sein, du sollst hinter dem stehen, was du auch denkst. Also nicht jemanden über den Tisch ziehen, unnötig. Und genau das Gleiche ist auch in dem Thema Liebe. Die, die jetzt gerade zuschauen, ist er wahrscheinlich zwischen 15 und 25. Und das ist ein super Alter, wo man vieles entdeckt. Und auch die meisten, also ich glaube, fast alle haben in dieser Zeit ihre erste Beziehung. Und die erste Beziehung, Freunde, das ist so wunderschön. So diese Blindheit in der Liebe. So man hat eine Brille an und man sieht alles zum ersten Mal. Also ich rede hier nicht unbedingt, nicht mal vom ersten Kuss oder vom ersten Mal Sex. Ich rede hier mehr über das erste Mal, die das Gefühl haben, dass jemand dich liebt. Dass jemand auf dich wartet zu Hause. Dass jemand, du schläfst ein und du weißt, dass diese Person an dich denkt beim Einschlafen, beim Aufwachen. Und das sind Gefühle, Freunde, die kann man sich nicht vorstellen. Also ich kann nicht einfach ruhig sagen, das fühlt sich so und so an im Bauch. Und ihr könnt euch ein Bild draus malen. Nein, das geht nicht. Weil das ist ein Gefühl, das haben wir, also das haben die meisten von uns hoffentlich mal in der Familie gehabt. Also wisst ihr, wenn euch eure Mutter liebt, euch küsst, ihr mit dem Aufwachst, das ist eine Sache, weil es ist Familie. Aber da habt ihr auf einmal eine fremde Person, die nicht euer Blut ist, die nicht eure Familie ist hoffentlich. Also hoffentlich. Die lernt ihr zu lieben in diesem Fall. In unserer Gesellschaft heutzutage, muss man einfach leider sagen, geht dieses Gefühl immer mehr und mehr weg. Weil wir leben in einer Gesellschaft, wo alles sehr schnell geht. Ich rede nicht mal nur über Mode oder über die Gesellschaft an sich mit den ganzen Zyklen, die wir jetzt haben, die sehr kurz geworden sind über die Jahre. Ich rede auch über Beziehungen, weil, ihr müsst euch vorstellen, es ist wie, wenn ihr einkaufen geht. Ihr geht einkaufen, ihr habt fünf verschiedene Bananensorten, ihr habt hunderte von Süßigkeiten. Ihr könnt aussuchen, was ihr wollt. Es hört sich vielleicht komisch an, aber so wird es auch heutzutage mit Partnern umgegangen. Also ihr könnt euch Dating-Apps runterladen und ihr habt auf einmal die ganze Stadt, die ganze Single-Frauen auf eurem Handy und ihr könnt rechts und links swipen. Und ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber jetzt ein Beispiel mit diesem Typen. Er wurde nach vier Jahren betrogen und ich kann mir ausgefunden, dann noch von einem seiner besten Freundin, besten Freundin damals. Ich habe euch ehrlich gesagt, dass ich das gelesen habe, muss ich auch erstmal einfach so einen Ruhlmoment haben. Der Gedanke, dass du zwei Leute hast, denen du so vertraust und sie dich beide aufs Mal in den Rücken stechen, das ist eine Erfahrung, die wünsche ich keinem von euch. Ich hoffe auch niemals, dass ich sowas durchleben muss. Und ich hoffe auch, dass der Bruder, ich hoffe, falls es sie ist, mein Bruder, dass es dir auch besser geht. Und er hat mich gefragt, Andy, schau, was empfiehlst du mir, wie kann ich sowas überstehen? Und wisst ihr, Freunde, ich habe auch vieles durchgemacht, wie ich schon gesagt habe. Ich bin auch wahrscheinlich älter als die meisten Zuschauer von euch. Aber ich habe nichts Ähnliches durchgemacht wie sowas. Aber auch ich habe meine Geschichten und ich muss euch ehrlich sagen, ich hatte auch schon ein gebrochenes Herz. Ich hatte auch schon Momente, wo ich mich hinterfragt habe, wofür habe ich das alles gemacht? Wofür habe ich jemanden geliebt über die Jahre und damit es schließlich zu Ende ist? Und ich habe heute noch keine genaue Antwort auf sowas, außer die Erfahrung, die man macht. Aber lasst es mal beiseite. Wenn ihr jetzt in diesem Alter seid, wo ihr zum Beispiel die erste Beziehung hinter euch habt und ihr fühlt euch so leer, ich fühle euch so gebrochen. Ich kann euch sagen, so dieses Gefühl, das ist nicht einfach etwas, was ihr so verdauen werdet, so wie ein Happy, wie ein Burger oder sonst was. Das ist ein Gefühl, das Spuren hinterlassen wird. Also ihr seid Menschen und ihr entwickelt euch weiter, wie eine Pflanze. So ihr werdet größer, sie wird schöner und ihr werdet auch irgendwann ihren Zenit, also ihren Höhepunkt. Und genau das Gleiche ist auch mit eurem Leben so. Ihr werdet immer älter und ihr werdet immer weiser. Und die erste Liebe ist so die gottlose Liebe, weil das ist eine Spur. Es ist wie der Sprung ins kalte Wasser. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Und wisst ihr, Freunde, bei der ersten Liebe ist eben das ganz Gefährliche. Weil ihr habt da alles zum ersten Mal. Ich rede hier, wie schon vorhin gesagt, von dem Gefühl, dass jemand auf euch wartet zu Hause. Dass jemand an euch denkt, euch liebt, euch wertschätzt. Aber dann auf der anderen Seite habt ihr wiederum zum ersten Mal dieses Gefühl von Verlassenheit. Wisst ihr, ich habe mal ein Buch gelesen. Es war ein alt chinesisches Buch. Also ich weiß auch den Namen nicht mehr, vielleicht kann ich es einblenden, aber es ist auch nicht so wichtig. Und da ging es um das Thema, ein Mann zu werden. Also ich möchte jetzt nicht gerne niemanden angreifen oder so. Aber es ging um das Thema, wie wirfst du ein Mann? Und ein Mann, also nach dieser These, wirfst du erst, wenn du etwas verlierst, was du nie wieder zurückbekommen kannst. Also ich meine in Bezug auf Menschen. Sagen wir, eure Mutter stirbt. Sagen wir, irgendjemand in der Familie stirbt, den ihr wirklich liebt. Oder ganz das Gleiche, wenn ihr jemanden verliert in einer Beziehung. Also ihr wart in einer Beziehung sehr lange, auf einmal ist die Liebe zu Ende. Aber ihr liebt sie trotzdem. Da seid ihr an dem Punkt, wo ihr alleine seid. Also mit euren Gefühlen. Weil ihr könnt das nicht mehr umkehren. Ihr könnt nicht mehr, ich könnt das nicht einfach das Ganze drehen, wie eine Scheibe. Ob jetzt jemand gestorben ist oder euch jemand verlassen hat. Da ist dann dieses Gefühl, Freunde, was euch erwachsen macht. Weil wie lebt man mit etwas, was man nicht mehr haben kann? Man hat all diese Gedanken, all diese Erinnerungen, aber ihr könnt nichts ändern. Und das ist diese Lehre, die euch dann zum Nachdenken bringt. Weil, was mache ich jetzt? Das ist die Frage, was auch dieser Bruder hat, der auf diese schmerzhafte Weise das erfahren hat. Weil, wisst ihr, es gibt verschiedene Arten von Trennungen. Es gibt Trennungen, wo beide Partner das Gefühl haben, es ist nicht mehr das Richtige. Oder man geht nicht mehr so weiter. Aber dann gibt es auch diese andere Art mit Betrügen, wo man wie so de facto diesen Fakt bekommt. Also, man wird vor die Wahrheit gestellt, dass das Ganze zu Ende ist. Auf diese Art. Wenn ihr mich appreciatet, dann hört auf mich und betrügt niemals euren Partner. Ob es eurer Liebespartner, sogar Chefspartner. Glaubt mir, Freunde, Betrügen ist nie das Richtige, weil alles kommt zurück im Leben. Aber zurück zu meinem Tipp, mit Trennungen umzugehen. Wisst ihr, ich habe auch eine Trennung hinter mir und es war schon eine Weile her. Aber diese Trennung hat mein Leben verändert. So, ihr müsst wissen, so wie ihr mich jetzt seht, am Sitzen, vor dem See, als Andy, von Andy und Klöte. Ich wäre niemals da ohne meine Trennung damals. Weil ich war nach meiner Trennung an einem Punkt, wo ich selber nicht wusste, was genau reizt mich am Leben, was macht mich glücklich, wieso lebe ich überhaupt. Und logisch, das Töne ist sehr kitschig und blieblablub. Aber, Freunde, wisst, dieser Real Rap, der kommt vom Herzen. Deswegen teile ich euch meine ehrlichen Erfahrungen mit. Ich habe halt dann realisiert, mich macht das, was ich mit YouTube mache, sehr glücklich. YouTube, Mode, Kunst, das fördert mein Leben, das macht mich glücklich. Es war nicht konstant, aber ich habe diese Höhepunkte, die ich bestrebe. Aber das wäre auch niemals passiert ohne diesen Tiefpunkt. Und sowas ähnliches macht dann dieser Bruder durch, der gerade diese Nachricht mir damals geschrieben hat. Weil schaut, ihr könnt dann entscheiden, entweder an diesem Tiefpunkt, nach der Trennung, wenn ihr diesen Liebeskummer habt. Entweder macht ihr irgendetwas, was ihr bereuen werdet, zum Beispiel irgendwelche Drogen nehmen, Alkohol nehmen, was euch einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht glücklich macht, wenn ihr Drogen nehmt, vergesst ihr diesen Schmerz in euch oder sonst was. Aber auf der anderen Seite wird es euch long term nicht retten. Ich kann euch auch ein Beispiel bringen, Freunde. Ich habe eine Person in meinem Leben und diese Person war sehr, sehr korrekt, sehr, sehr cool und immer sehr lustig, sehr fröhlich und auch so kreativ. Und diese Person hatte auch eine lange erste Beziehung, so mehrere Jahre. Leider hat diese Person damals seinen Partnerin, das war ein Junge, seine Partner hat er betrogen. Aber er hat es nicht getan, weil er irgendwie sie nicht geliebt hat, sonst was. Es war einfach so ein Exzident mäßig. Und sie hat ihn damals darauf verlassen. Und der Bruder, der hatte so Probleme im Leben, er konnte sich noch nicht darauf klarkommen, diese Leere zu handeln, dass er sich entschieden hat, Drogen zu nehmen. Er hat angefangen mit Gras, danach ging es rüber zu Kokain und danach ging es immer mehr und mehr um die harten Drogen. Und es ging so weit, dass der Bruder im Spital gelandet ist, weil er war in einem lebensgefährlichen Zustand. Im Großen und Ganzen, es waren mehrere, es ging über mehrere Jahre und ich habe das Ganze live mitbekommen, so durch die Blume. Und ich habe dann damals auch mit ihm geredet und er gesagt so, das war alles halt, weil er damals nicht handeln konnte, wie sich das anfühlt, so diese Leere, einfach dieser Zwischenstand, dass du jemanden nicht mehr hast in deinem Leben, den du so liebst. Und deswegen will ich euch sagen, Freunde, schaut, ich habe euch vorhin erzählt, dass Andy würde es nicht geben ohne diese Trennung. Und das ist dieses Kontra, schaut, ihr könnt nach einer Trennung euch entscheiden, ihr opfert alles und ihr gebt alles auf und ihr nehmt Drogen und versaut euer Leben, Short-Term, aber auch Long-Term. Oder eben nehmt diese Energie, diesen Frust und macht was Größeres. Genau das Gleiche war bei mir. Ich habe gesagt zu meinen Jungs, ich sage, wir lieben YouTube, aber wir können noch mehr erreichen. Wir können noch mehr Leute wie euch erreichen, noch mehr motivieren, auch irgendwas im Leben zu erreichen. Aber auch diese ganzen Videos, die wir lieben, die irgendwann unsere Kinder anschauen werden. Und jetzt bin ich hier und ich sage nicht, dass ich der größte YouTuber bin oder sonst was, aber wir haben eine Community, die wir lieben. Und genauso auch dieser Bruder, der diese Nachricht mir geschickt hat mit dieser Trennung, mit diesem ganzen Geschehenis. Es gehört zum Leben, dass ihr Leute verlieren werdet, dass Leute euer Vertrauen ausnutzen werden für sich selber. Aber glaubt mir, ihr seid besser als das. Ihr habt es nicht nötig, Drogen zu nehmen oder euer Leben einfach zu opfern vor ein Geschehen, das passiert ist. Ihr könnt es nicht mehr ändern. Ihr kennt diese ganzen Memes auch von den ganzen Leuten, die ins Gym gehen und wegen ihrer Trennung. Und das ist gut. Glauben mir, Freunde. Lieber investiert ihr eure Zeit in etwas, was euch weiterbringt im Leben, anstatt lange nachzutrauern. Meine Freunde, es gibt tausende von Gründen, wieso man sich trennt oder wieso auch die Liebe aufhört. Und ich kann euch garantieren, Freunde, wenn ihr jemanden geliebt habt mit eurem Herzen, dann werdet ihr mich dann immer lieben. Und ihr werdet auch manchmal darüber nachdenken, wie es früher war und wie schön es die ganze Zeit war. Aber ihr müsst weiter im Leben. Und es hört sich voll kitschig an und ihr könnt sagen, Andy, das bringt mich nicht weiter. Aber es wird eine Zeit gehen, bis eure Wunde sich geheilt hat. Und es wird ein Name bleiben, glaubt mir, Freunde. Ihr werdet die nächste Partner zum Beispiel ganz anders betrachten. Die erste Liebe ist immer die, wie schon vorhin gesagt, die schönste, aber auch die gefährlichste. Weil ihr seht alles zum ersten Mal durch diese pinke Brille. Ihr kennt nicht dieses Gefühl, betrogen zu werden. Ihr kennt nicht dieses Gefühl, verlassen zu werden. So, das ist alles neu. Aber bei der zweiten Liebe, da schaut ihr schon viel, viel genauer, was für ein Typus von Mensch ist die Partnerin oder Partner. Was für eine Geschichte hat die Person. Aber ich möchte auch nicht sagen, dass eine Person, die einen betrogen hat, jemanden betrüger ist. So schließe ich auch nicht, weil ich glaube, dass sich Menschen ändern können. Aber ich möchte einfach sagen, Freunde, schaut, das Leben ist wirklich hart. Und ihr werdet Leute verlieren in eurem Leben, kann ich euch garantieren. Und auch eure Mutter wird niemand sterben. Und auch euer Vater und auch euer Bruder, eure Schwester. Und auch genauso wie ihr. Und ihr werdet auch Partnerinnen verlieren. Aber glaubt mir, es lohnt sich nicht, irgendwie sich den Kopf zu machen, dass das Leben dann aufhört, wegen irgendeinem Geschehen ist. Das kann euch eurer Ehrenbruder endlich garantieren. Ich hatte auch meine Tiefpunkte, das könnt ihr mir glauben. Ich hatte auch meine Momente, wo ich dachte, ey, Leben ist sinnlos. Aber jetzt bin ich hier. Und ich werde sicherlich auch irgendwann wieder an diesem Tiefpunkt ankommen. Ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht warum, aber ich weiß, dass ich dort enden werde. Weil das gehört zum Leben. Weil Freunde, schaut, deswegen liebe ich diese Videos. Bei unseren Re-Raps habe ich meine Erfahrungen, ich habe eure Gedanken. Und irgendwie wird es von einem Video, das einfach aus dem Herzen kommt. Weil wir sind eine Community. Am Ende des Tages, ich bin nicht perfekt und ihr seid auch nicht perfekt. Aber das macht genau diese Videos perfekt. Weil ich habe meine Gedanken, meine Erfahrungen und teile ich mit euch. Weil ich sehe euch als meine Community. Und ich bin auch ein Teil der Community. Deswegen bin ich auch immer so happy, wenn ihr mir persönlich schreibt auf Instagram oder in den Kommentaren. Und ich kann euch meine Erfahrungen in diesen Videos mitteilen. Das Leben ist echt nicht einfach. Und ihr werdet wirklich noch sehr vieles durchmachen. Aber ihr wisst, dass ihr nicht alleine seid. Genauso wie ich Tiefpunkte haben werde, werdet ihr auch Tiefpunkte haben. Aber ich kann euch einfach garantieren, es wird immer am Schluss alles besser. Deswegen Freunde, ich bin wirklich stolz, dass das unser erster Re-Rap ist. Ich bin wirklich jetzt am Genießen, dieses letzten Gedanken. Ich nehme euch kurz noch mitschaut, wie schön das ist, dieser Saisonuntergang. Ich bin hier irgendwo in Zürich. Mir kommen auch fast die Tränen, Freunde. Weil ich bin wirklich so glücklich, dass ich dieses Format mit euch schon eine Weile machen kann. Ich danke euch vom Herzen fürs Zuschauen. Schreibt mir die Themen, die ich als nächstes behandeln soll, in die Kommentare. Schaut auch gerne auf Instagram vorbei. Und sonst, meine Freunde, damit zuschauen. Und Peace out. Wuhh!